Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr zuhört und da seid, dass ihr uns folgen wollt in unserem Gespräch zum Literarischen März 2021 und in der Lesung der drei Preisträgerinnen, die ich ebenfalls herzlich begrüße. Das ist zum einen Anna Hetzer. Hallo. Hallo. Zum anderen Lara Rüther. Hallo. Und Katrin Pitz. Hallo. Die ich auch begrüßen möchte im Namen des Hauses für Poesie in Berlin und des Lyrik-Kabinetts in München. Am Anfang möchte ich mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Dann werden wir im Einzelnen Einzelgespräche führen und natürlich auch die Gedichte hören, mit denen Sie an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Und dann nochmal in eine Gesprächsrunde eintreten. Und ganz am Ende soll die Literatur das letzte Wort haben. Und wir werden nochmal ein Gedicht anhören. Ich weiß auch nicht, was Sie da lesen, ob etwas aus dem Wettbewerb oder einen anderen Text. Wir alle lassen uns gerne überraschen. Für den Anfang liegt es ja nahe zu Fragen, wenn man aus so einem Wettbewerb kommt. Wie haben Sie die Gedichte ausgewählt, mit denen Sie sich beworben haben? Ich denke, man verfolgt ja solche Wettbewerbe. Man kennt das. Man kommt ja irgendwie auf die Idee, sich überhaupt zu bewerben. Und ich weiß, Sie, Frau Pitz, haben hier schon das zweite Mal teilgenommen und kannten also auch den Ritus. Wollen Sie uns vielleicht ein bisschen was davon erzählen, wie es war, wie Sie ausgewählt haben? Sie haben sich mit einem Zyklus beworben oder darüber könnte man diskutieren. Wie zyklisch ist dieser Zyklus? Aber vielleicht fangen wir mit der einfachen Frage an. Warum diese Gedichte? Ja, für mich ist es häufig so, dass sich Gedichte als Zyklen ergeben. Also ich glaube, ich schreibe ganz selten ein einzelnes Gedicht oder welche, die dann vielleicht zu zweit oder zu dritt zusammenstehen. Meistens wird es eine größere Masse und meistens streiche ich dann auch noch eher welche raus, als dass nachträglich welche hinzukommen. Und so hat es sich auch mit dem ergeben, den ich eingeschickt hatte, dass der einfach so entstanden ist und ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, ich mag den eigentlich ganz gerne. Und das ist auch der Umfang, der für diesen Wettbewerb passen würde. Versuche ich es doch einfach mal damit. Und entstehen die Gedichte eigentlich in der Reihenfolge, in der sie dann auch jetzt hier vorgetragen wurden und vielleicht auch heute vorgetragen werden? Oder schieben Sie dann da nochmal rum? Da habe ich eher noch rumgeschoben. Das ist sowas, wofür ich dann auch wirklich gerne ausdrucke und alles so über meinen Fußboden ausbreite und hin und her schiebe und gucke, wie es mir am besten gefällt. Ja, so war es auch bei denen. Schön, weil ich frage das auch natürlich mit Blick auf den Zyklus von Anna Hetzer, den wir in einer anderen Reihenfolge vorliegen hatten, ausgedruckt, als Sie ihn dann vorgelesen haben. Aber an Sie auch erstmal mal die Frage von eben, wie haben Sie ausgewählt, womit Sie sich präsentieren? Ja, also die Texte, die sind tatsächlich gar nicht als Zyklus gedacht, sondern als Einzeltexte. Das heißt, die Reihenfolge war da variabel und die entstammen alle einer Sammlung, an der ich arbeite. Und das hat dann natürlich die Auswahl ein bisschen mitbedingend. Das heißt, es war projektbezogen. Die Texte, die ich dafür ausgesucht für den Wettbewerb, waren letztendlich Texte, die in ihrem Reife- und Überarbeitungsgrad am weitesten waren, so wie ich es fand, also zu dem Zeitpunkt. Und auch Texte, die mir irgendwie am meisten Spaß gemacht haben. Das ist ein gutes Kriterium eigentlich auch, wenn einem die Texte selber Spaß machen, ist oft ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht auch einigermaßen fertig auch sind. Ich frage mal nochmal genauer an der Stelle, auch bei Ihnen. Sie hatten, es waren glaube ich sieben Gedichte, mit denen Sie sich beworben hatten. Und Frauenporträts hieß es dann in der Jurybegründung, das kann man so sagen, die sehr spielerisch sind, werden wir auch gleich hören. Aber ein Gedicht ist anders von der Tonlage her. Und da gibt es ein lyrisches Ich, eine Vater-Freundinnen-Situation. Man hat den Eindruck, in einen ganz anderen, auch biografischer gefärbten Raum einzutreten. Und ich fand das interessant. Ich weiß nicht, was sie bewegt hat sozusagen. Das Gedicht stand in dem Konvolut, das Sie einreichten, ganz am Ende. Und in der Lesung haben Sie es ganz am Anfang präsentiert. Und für uns beim Zuhören hat das einen großen Unterschied gemacht. Und ich weiß nicht, was für Sie sozusagen, wie Ihr Erleben dazu aussah oder was Sie dazu gebracht hat, diese Lampe ganz woanders hinzustellen. Ja, als ich dann für die Lesung überlegt habe, welche Reihenfolge ich gerne haben möchte, habe ich diesen Text, Sie meinen Vaters Zorn wahrscheinlich, an den Anfang gestellt, weil ich dachte, das würde am besten einleiten in die anderen Texte. Also als eine Form der Problembewegung oder der sozusagen Abgrenzung. Das war ja ein Begriff, der auch in der Diskussion genannt wurde. Um vielleicht erst mal so ein bisschen den Weg zu beschreiben, in welche Richtung werden die anderen Texte gehen. Das meinte ich mit dem Ausdruck Lampe. Also wie in welche Beleuchtung stellt man Texte, weil das sicher eines der Themen ist, mit dem wir uns heute auch auseinandersetzen werden. Wie viel nicht ausgesprochener Kontext bestimmt auch das, was man in einem Gedicht für sich selber dann als Leser, Leserin entdeckt oder herauszieht. Oder wie gehen Sie selbst beim Schreiben mit diesen nicht ausgesprochenen Kontexten um? Oder mit Dingen, auf die man anspielt, mit kulturellem Wissen. Und das bringt mich zu Lara Rüther, die, würde ich sagen, sehr eindeutig einen Zyklus abgegeben hat. In diesem Jahr in Darmstadt aus zehn Gedichten mit einer wirklichen zyklischen Dramaturgie. Und auch an Sie die Frage, was war sozusagen, wie wählt man aus unter den Texten, die man hat? Und was schickt man in so einen Wettbewerb? Ja, also für mich war das ein ganz klares Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und wo ich schon vorher eine bestimmte Vorstellung hatte, in welche Richtung es gehen sollte. Und wo ich dann angefangen habe zu schreiben und auch wusste, dass es in die Richtung zehn, jetzt sind es zwölf Gedichte, insgesamt gehen sollte. Und wo ich dann, ja, wo für mich auch die Reihenfolge klar war. Es war auch klar, es muss von eins bis zehn durchnummeriert sein. Und, ja, die habe ich dann eingereicht. Ja, ich meine, es ist ja auch immer, das Format sozusagen bestimmt ja auch mit, was man präsentiert. Und zu dem Format der Wettbewerbe gehört ja eigentlich eine, wie ich finde, spannende Doppelung. Nämlich, dass die Vorschüri und auch wir als Jury, wir sehen die Texte ja erst mal in gedruckter, also in ausgedruckter Form als Schrift und lesen sie. Und zum Wettbewerb gehört ja aber essentiell, dass dann eben auch nochmal Autor, Autorin präsent ist, sei es digital oder analog. Und man hört, wie der Text vorgetragen wird. Da würde ich gerne noch auch in die Runde eine Frage stellen, welche Rolle diese Doppelnatur der Lyrik, dass sie ja sowohl etwas ist, was für das Auge geschrieben wird, für den Leseprozess, zumindest in unserer Kultur, als auch etwas ist, das für das Ohr gemacht ist, wie diese, welche Rolle diese Doppelung, diese sinnliche Doppelung des Gedichtes für sie, für ihr Schreiben und ihre eigene Auffassung von Gedichten oder von ihren Gedichten, welche Rolle sie da spielt. Ich kann gerne beginnen, diese Frage zu antworten. Also für mich ist Rhythmus und das Sprechen und Vortragen von Text sehr wichtig. Und ich führe so ein bisschen darauf zurück, dass die ersten Begegnungen mit im weitesten Sinn Gedichten für mich in Liedern sich wiederfinden. Also das gesungene Wort, auch das gereimte Wort in diesem Fall natürlich, wo das Rhythmisierte der Sprache eine Rolle spielt. Und ich denke auch, dass es eine gewisse Entwicklung hin zum Performativen gibt, was nochmal eine andere, vielleicht auch Bühnenfertigkeit des Texts mit nicht erfordert unbedingt. Das wäre sozusagen die spannende Frage, inwiefern es erfordert ist, aber zumindest auch ermöglicht und diese Komponente für mich schon auch eine Bedeutung hat im Schreiben selbst. Also Sie würden sagen, dass sich sozusagen im Vergleich zu vor zehn Jahren eigentlich so etwas abzeichnet, wie andere Anforderungen an die Bühnengängigkeit, Bühnentauglichkeit, was lyrische Texte angeht? Ich denke schon, dass man eine gewisse Entwicklung sehen kann, also wenn man auch immer mehr an Kooperationen denkt zwischen Bühnenkünsten, also der Lyrik, dem Theater, finde ich, ist das ein interessantes Beispiel, denke ich, auch einer neueren Entwicklung. Aber auch solchen Kooperationen wie zwischen Lyrik und Slam oder Rap, die, glaube ich, so in dieser Form noch nicht so stark präsent waren, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, finde ich sehr spannend. Wie sehen die anderen das? Ich glaube, deswegen ist das auch so ein merkwürdiges Gefühl gewesen jetzt, der Wettbewerb, weil wir irgendwie alle zu Hause waren und diese Videos vorher aufgenommen waren und dieser ganze Live-Charakter der Lesung weggefallen ist. Also für mich ist das jetzt auch ganz aufregend, weil ich das so ganz lange nicht hatte, dass es so auf das Live-Sein ankommt. Und ich sehe aber genau wie Anna diese Chance in dem Performativen, die allerdings für mich noch etwas Zusätzliches zu dem Text bringen kann und nicht wie so untrennbar mit dem Text verbunden ist, weil ich denke, der Text ist immer das Wichtigste. Und ihm dann helfen zu können, lebendiger zu werden, das ist eine große Chance, aber die steht auch denjenigen offen, die die Texte nicht geschrieben haben. Also ich weiß nicht genau, wie das für die anderen ist, ob das so das Selbstlesen so das Wichtigste ist. Ich glaube, ich finde es auch spannend, wenn andere einen Text von mir vortragen würden. Also da ergibt sich ja dann auch nochmal was ganz anderes. Jetzt fixiere ich. Ich muss gerade an eine Situation denken, wo ich mal bei so einem Schülerschreibwettbewerb vor einigen Jahren mitgemacht habe und bei der Preisverleihung die Texte eben nicht von den Ausgewählten selbst gelesen wurden, sondern von jungen Schauspielern, von so einer Jugendtheater-Truppe. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, den eigenen Text von jemand anderem vorgetragen zu hören. Und ich merke aber auch, dass ich, wenn ich Lyrik schreibe, selbst mehr Freude daran habe, es laut zu sprechen. Wenn ich Prosa schreibe, spreche ich sehr selten in dem Schreibprozess. Dann spreche ich eigentlich wirklich erst, wenn jemand mich darum bittet, diesen Text vorzulesen. Und bei Lyrik habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal so ganz automatisch, ohne dass ich das jetzt bewusst eingeleitet habe, anfange, den laut zu sprechen, um zu schauen, wie das klingt. Da tun sich ja eine ganze Reihe von Fragen auf. Ich finde das sehr spannend, weil ich mich erinnere, mein erster Gedichtband ist 1995 erschienen. Und damals war so das Gefühl, wir sind die Generation, bei der es jetzt irgendwie ankommt darauf, wie Text auf der Bühne wirkt. Und Schluss mit diesen Wasserglaslesungen und vor sich hin murmelnden Dichtern, die immer so da sitzen und so irgendwie vor sich hin reden. Und was weiß ich, mit Thomas Kling, aber eben auch Marcel Bayer und vielen anderen trat dann auch tatsächlich ein anderer Begriff von Performativität ein und auch der Bedeutung des gesprochenen Textes und überhaupt auch einer Auflösung des Textbegriffes. Und ich finde spannend, wie sozusagen in verschiedenen Schüben auch gerade diese Intermedialität in das Theater hinein, die Sie angesprochen hatten, Anna, das rollt ja immer weiter, dieser Stein. Und eine ganze Reihe von Fragen würde jetzt hier an dieser Stelle auftauchen. Eben, was versteht man zum Beispiel überhaupt als Text? Ist das das geschriebene Ding? Oder in welchem Verhältnis steht der gesprochene Text dazu, sowohl in der Aufführung als auch beim Schreiben? Ich finde es sehr schön, dass die jetzt angeklungen sind und möchte das gerne weiter aufgreifen und vertiefen in den einzelnen Gesprächen mit Ihnen und in der Abschlussrunde. Und würde jetzt gerne weiter fortfahren mit Anna Hetzer und Sie überhaupt erst mal richtig vorstellen, wie man das so tut. Anna Hetzer, Biografie. Praktischerweise haben Sie eine Biografie für den Wettbewerb eingereicht. Sie sind 86 in Berlin geboren und haben Medizin, Philosophie und Literatur in Berlin und Paris studiert. Ihre Genres sind sozusagen die Lyrik und das Essay. Sie schreiben manchmal auch mit dem Lyrik-Kollektiv G13 und in kollektiven Formen. Versuchen sozusagen da die Stimmvielfalt oder die Mischung von Stimmen. Und Sie arbeiten in der Neuen Musik mit Künstlerinnen zusammen oder eben auch, und das fand ich sehr interessant, haben mitgearbeitet an einem Gebärden-Poetinnen-Projekt, Handverlesen. Für mich war das natürlich eine Begegnung erst mal, wo ich festgestellt habe, dass ich eine Lyrikerin bin, die mit Lautsprache arbeitet. Also so heißt das dann quasi aus der gebärdensprachlichen Perspektive, die Lautsprache, die über das Gehör arbeitet, auch über das Sprechen. Und die Gebärden-Poesien, die wir kennengelernt haben, arbeiten eben im Raum, sozusagen nutzen den ganzen Raum, auch um die Sprache letztendlich zu formen. Und das war eine Begegnung, die für mich persönlich enorm spannend war, auch im Umgang mit den Künstlerinnen. Und wir haben eben Übersetzungen angefertigt, von Lautsprache in Gebärdensprache und umgekehrt. Und eine wesentliche Frage für mich war, wie schafft man es, einen dreidimensionalen Text, den ja sozusagen eine Gebärden-Poesie darstellt, auf Papier zu bringen, letztendlich in sozusagen eine lineare Form auf ein zweidimensionales Papier. Ein spannender Entwicklungspunkt für mich war die Entdeckung der visuellen Poesie in diesem Zusammenhang, die natürlich mit Schriftbild und Wort noch mal anders arbeitet in der Anordnung. Ich kann leider keine Gebärdensprache. Ich habe jetzt nur so ein paar Bilder vor Kopf, wie das vor Auge, wie das aussieht. Und kann was verstehen, mir vorstellen, unter der Dreidimensionalität und natürlich auch unter dieser starken, das Körpergebundenheit. Körpergebundenheit, Stimme ist auch körpergebunden, Gebärdensprache ist auf andere Art und Weise körpergebunden. Und mich hat lange beschäftigt, ich habe auch noch keine Antwort dazu gefunden, dass es bei Bertolt Brecht in seinen poetologischen Überlegungen ja diese Idee gibt, dass ein Reim eine Geste ist. Und ich fand immer, dass das eine gewisse Evidenz hat und danach hat es viel Unschärfe. Und danke jetzt sozusagen Ihnen für diesen Hinweis oder die Öffnung des Raums in diese Überlegung hinein. Also was passiert eigentlich, wenn ich Reime als Gesten verstehe? Also eine Zeigegeste oder eine andere Geste. Und jetzt arbeiten Sie ja in Ihren eigenen Gedichten eher ohne Reime, aber durchaus mit einer Reihe von metrischen Mitteln. Und ich würde Sie bitten, uns jetzt aus Ihrem Zyklus etwas vorzulesen. Vaters Zorn Vaters Zorn wirft mit Dingen durchs Haus Eine widerspenstige Leiste, die aus dem gebohnerten Boden ragte Jesus' Bommeln, die dauernd abrutschten von den verdorrten Ästen der Weihnachtstanne Ein neugeborenes Kätzchen, das von seinen Zieheltern verstoßen worden war Es heißt im Nachhinein, er habe sich bedroht gefühlt von unserem Kuss im Baumhaus, den er mit einer Drohne entdeckt haben muss Anders können wir das nicht erklären Hatten ja extra die Vorhänge aus Laub fest zugezogen und die Taschenlampe ausgeknipst Gruselig war es da drin Verbuchten das unter vorübergehend Versuchten die Mythen Europas nur mit Frauen zu erzählen Waren froh, dass wir uns bei all den Würmern im Laub nicht aus den Augen verloren haben Unsere Bunny-Kostüme gemeinsam zerreißen konnten Wie ein Kombi-Ticket durch die Geisterbahn Porträt der Künstlerin als Monster Nicht Schuppen habe ich und auch keine Flammenhaut Kein stinkendes Gebiss und keine fließenden Abszesse Ich habe kein Haar aus Schlangen, keine Kralle, die sich in die Ohren einer Talkshow-Runde bohrt Mich sah noch niemand mit verbranntem Rücken und auch nicht mit Hula-Hoop Kein Gift hängt mir am Gürtel, keine Hundebeine Wenn ich nachts zum Spätkauf gehe, wüsste ich alle Wünsche schon im Voraus Wäre ich Mutter, so wie alle, Algorithmus Meine DNA, Gewächshaus Werfe ich Steine ins Getreibe, nähern sich blaue Sirenen Nicht, um Licht zu machen oder Autoraser anzulocken Sie nehmen mich mit an den Baggersee und bringen mir ihren Gesang bei Finde uns auch in unterirdischen Schächten Ich brauche keine Schlangenhaut und auch keine Zangen Keinen Fischschwanz oder schwarze Klauen Mir reicht ein Wort von dir, ein Augenschlag Wenn du mich anblickst und ein Monster siehst, erstarre Drastische Maßnahmen In die Einsamkeit gehen, so into the wild Und alle vier Wochen Blut aus dem Muskelleib Hohlorgan voll Schleim Ein Leben als Eremitin mit eigener Höhle Könnte ich mich in die Stille Gottes versenken Moos zwischen den Beinen und Hirschschleuse im Haar Würde in der Wüste Heuschrecken streifen In klaren Flüssen die Lachse, während sie leichen Bin drei Wochen lang höchstens agnostisch wie Thomas Und beim ersten Tropfen aus der Form der fünften Wunde sicher Dies ist die regelmäßigste Theodizee Hymne Singe in lingua franca French kiss, offen und ehrlich Ein Lob die Matryoshkas, aus denen Säuglinge über Säuglinge Kopfüber in die Welt springen Singe auf die Schrauben Mutter, die ihre Sprache umkreist Damit sie ihr im Hals stecken bleibt O Ödi Pussy, du hast eine lockere Lingua zwischen den Fingern Die sich zum V wie Beine beim Yoga in die Luft strecken Und einen umgedrehten Triumphbogen andeuten Da stockt die Hymne, überschlägt sich Und als sie wieder aufsteht, ihre Buchstaben aufzusammeln Sie zum Hymnen Das platzt vor Lachen über die alten Gäule der Standbilder Assoziation Würde ich ein Bild von Ginzberg umdeuten, schreiben Ich griff nach ihrer Marmorvulva, müsste ich lachen Könnte nicht anders als an Diana denken beim Bogenschießen Die einbeinig auf Zehspitzen steht und zielt Ihr nackten Po vorstreckt als göttliche Vorreiterin von Gyms und schwitzigen Tonmatten Vielleicht ist Marmor Stoff für steife Glieder Ein Steinwerk reicht nicht für Diana, denke ich Und sehe den vom See geleckten Sand, in den ich meine Finger senke Anatomie Du meine perlenfingernde Nonne O Juna, du meintest doch keinen Rosenkranz, oder? Eine Woolly Rose vielleicht wie ein Sexton Eine wollene Rose, die beim Öffnen ihre Falten zeigt Ein pelziges Tierchen, das, anders als eine Auster Nicht im Kalkgehäuse liegt, eine Perle bebrütet Oder von einer stumpfen Klingel gebrochen wird, um sie dann mit Zitrone zu schlürfen Auch keine Schnecke, obwohl schon eher Hermaphrodit Etwas Süßes, auch keine reife Pflaume Keine halbgespaltene Kastanienhaut, stachlich oder als glatter Huf Nein, ich meine all das nicht Unbekannterweise für Risk-Hasekamp James Dean mit James-Lederjacke und Jeans Der Wind der Prärie und der Ölfelder Texas föhnt die 50er Haare Alle wollten so sein, Dean, was sie auch taten, um so zu sein wie du Mit deinen coolen Stiefeln bestiegen sie ihre Autos Um schneller zu sein als der Himmel in Hollywood James Dean Revisited mit James Jeans und Blick aus dem Screen Risk-Hasekamp als Gigantin in einer US-Landschaft oder Fotomontage Steht im Museum vor knapp 30-jährigen Lazzies Die sich an ihre Teens erinnern und die Fantasie Mit Cowboy-Hut und James Jeans auf einer Harley in die Rocky Mountains zu ziehen Mit ihrem ersten Crush wie zwei Desert Hearts zu posieren Genau mit dieser Coolness von Risk-Hasekamp Dann möchte ich sagen ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch auch von mir noch einmal zu einem der Weihrauch Förderpreise Und jetzt finde ich bei Zoom fehlt das immer, aber jetzt muss man irgendwie mal klatschen Dass ein bisschen Live-Atmosphäre und ein bisschen Applaus und Feiern auch doch nochmal aufkommen möge Ich möchte gerne zwei Ihrer Gedichtüberschriften nochmal aufgreifen Um mit Ihnen ein bisschen genauer über die eben gehörten Texte zu sprechen Und das eine ist der Begriff Anatomie und das andere der Begriff Assoziation Und ich hatte vorhin ja kurz gesagt, dass Sie Medizin studiert haben Und mich würde interessieren, ob es für Sie eine Verbindung gibt Oder welche Art von Verbindung das wäre zwischen diesem Studiengebiet zumindest Und damit nehme ich einfach an, auch einem Interessengebiet Und den Themen oder der Herangehensweise in Ihrer Poesie Ja, danke Anatomie ist tatsächlich ein Gedicht Das ich glaube ich so als kleines erstes Experimentierfeld genommen habe Um mich selbst zu fragen, wie ich diese Wissensfelder verbinden kann Schon während des Medizinstudiums selbst gab es für mich so ein bisschen die Frage Gibt es da für mich eine Überschneidung zur Lyrik Und ich habe aber relativ lange gebraucht Tatsächlich, um für mich ein Gebiet oder auch eine Bildwelt zu entdecken Wo sich das für mich überschneidet Und letztendlich kam das dann eher über die Frage nach Frauenbildern in der Literatur, in der Lyrik Oder auch dem Sehen von Frauen Und darüber war der Weg zur Anatomie eigentlich relativ schnell Für mich war aber die spannende Frage, wie eigentlich so andere Strukturen in der Kunstwelt thematisiert werden Und habe das versucht eben in diesem Text so ein bisschen aufzudröseln oder aufzuzählen letztendlich auch Um dann in diesem Fall aber auch nochmal die Frage zu stellen Welche Bilder und welche Worte benutzt man eigentlich für bestimmte anatomische Strukturen? Vor allem für diese eine, in der es natürlich auch in dem Text geht Also da hat sich mir eine große Fülle eben aufgetan Und der Titel Anatomie war dann einfach nur die konsequente Wahl für mich Was Sie da beschreiben, verstehe ich das richtig? Das ist ja eigentlich eine Art hermeneutischer Zerkel Wir gehen davon aus, sozusagen so in einem ersten Schritt Hier wird etwas bezeichnet, hier werden Geschlechtsteile mit bestimmten Begriffen bezeichnet Entweder umgangssprachlich oder medizinisch Und die referieren dann sozusagen auch auf ein Objekt Das könnte man herauspräparieren aus einer Leiche oder so Und das könnte man dann so benennen Das ist ja so ein Standardmodell auch des Sprechverstehens Also ich sage Stuhl und da steht der Stuhl und dann klebt quasi das Wort auf dem Objekt Und wenn man jetzt aber in die Medizingeschichte schaut Und gerade auch in die Beschreibung von Frauenkörpern Sowohl äußerlich, aber vor allen Dingen auch innerlich Dann sieht man ja, dass es sehr lange Zeit etwas Viele Teile der weiblichen Anatomie einfach gar nicht gab Also die wurden nicht benannt oder anders benannt Oder vollkommen anders interpretiert Und es gab überhaupt kein Uterus Sondern es waren alles irgendwie Fortbildungen von männlichen Zeugungsorganen Und daran kann man ja auch sehen, wie quasi vorgefasste Konzepte Und Begriffe, sprachliche Begriffe Quasi dann die Wirklichkeit geformt haben Also gerade andersherum Und habe ich Sie richtig verstanden, dass das sozusagen eine der Kreisbewegungen ist Die Sie dann interessiert hat Jetzt auch in den Texten, die wir gehört haben Die man ja auch, ich glaube in der Jurybegründung dann für die Preisgabe ging War ja auch gesagt, dass es eine, genau die Mythen Europas Nur mit Frauen zu erzählen Also ein Vers eigentlich aus dem einen Gedicht Sagen des Vaters wurde da zitiert Und das würde ich gerne nochmal zurückfragen Ist das, trifft das Ihren Ansatz Oder Sie hatten vorhin gemeint Es gibt ja noch mehr Texte In welche Richtung wächst das Und wie arbeiten Sie da weiter? Also in den Texten, die es bereits gibt Gibt es tatsächlich beide Richtungen So ein bisschen Man kann so sagen, die Lücken in den anatomischen Beschreibungen Des weiblichen Körpers spielt zum Teil eine Rolle Eigentlich könnte man aus diesem Text Anatomie Ein Zyklus schreiben Das habe ich bisher noch nicht getan Aber das wäre also in diese Richtung denkbar durchaus Weil es eben so viele sozusagen allein anatomische Begriffe gibt Die konnotiert sind oder eben nicht vorhanden sind Oder auch nicht vom Abbild her klar deutlich sind Und man würde sich fragen Na ja, Anatomie ist so eine Wissenschaft Die gibt es schon doch eine ganze Weile Und dass dann immer wieder Dinge neu erlebt haben So ein paar tausend Jahre zumindest Ist doch sehr erstaunlich Also zumal es ja auch Vor allem jetzt im Bereich Uterus etc. neue Erkenntnisse gibt Die erst in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt bekannt geworden sind Das wirft natürlich Fragen Das ist tatsächlich eine Richtung Die andere ist aber doch stärker noch Wie Figuren repräsentiert sind in der Literatur getragen Und mit welchen Begriffen sie belegt sind Also hier in dem Text Anatomie zum Beispiel Geht es natürlich auch so ein bisschen um die Frage Der Wortfindung oder der Begriffsfindung Also man ist quasi so ein bisschen am Ende des Textes sprachlos Weil man eigentlich gar nicht weiß Welches Bild möchte man jetzt eigentlich benutzen Oder fehlt da nicht auch ein Bild Oder ist da eine Lücke in der Beschreibung Die die Kunstwelt zur Verfügung stellt Dann darüber hinaus Wenn es um generell Frauenfiguren geht Ist meine favorisierte Strategie glaube ich im Moment So eine spielerische Umkehr Ein spielerisches Umerzählen Vielleicht als letzte Frage noch Weil es auch ihr letztes Gedicht ist Zu Riska Hasekamp Die ja mit ihren Fotografien durchaus auch Mit einer Agenda sozusagen auftritt Mit der Genderformen, Weiblichkeitsinszenierungen Reinszeniert oder destruiert oder dekonstruiert werden Das ist unterschiedlich je nach Text Und das rufen sie auf Sie tun das sehr lustvoll und spielerisch Mit vielen Reimen und einer sehr schönen Rhythmisierung Und mich interessiert aber sozusagen auch Ihre eigene Einschätzung oder Haltung dazu Gerade wenn man sich auf jemanden wie Riska Hasekamp bezieht Da liegt ja ein Kunstbegriff dahinter Der künstlerische Akte durchaus auch als Beiträge Zum aktuellen Gender- und Sexualitätsdiskurs versteht Und Kunst auch als Intervention sozusagen versteht In den gesellschaftlichen Diskurs Und das könnte man ihren Gedichten ja auch zuschreiben Und sagen, das hat ja doch eine klare feministische Stoßrichtung Ich setze da jetzt aber mal ein Fragezeichen dahinter Und würde mich interessieren, wie Sie selbst sozusagen dann Diese Texte und Ihren Möglichkeitsraum Innerhalb der Diskurse oder der Lebensräume In denen wir uns bewegen heute Wie Sie die verorten würden Ja, also ich glaube Man kann es so kurz fassen Dass das auf jeden Fall auch Eine Aktion war Diese Texte zu schreiben Also ich würde Das auf jeden Fall sagen Es ist eine Verhaltung auch für mich Letztendlich eine gewisse Erkundung meiner eigenen Haltung Vielleicht auch Und ein Verständnis dessen Wo ich sozusagen vielleicht auch An meine eigenen begrifflichen Grenzen Stoße Also wo ich Dabei bin Sozusagen auch In diesem Raum Dinge zu verstehen Und zu erkennen Über den Text Also Das ist für mich Auf jeden Fall auch immer Ein Grund Texte zu schreiben Also Dass sozusagen dann Dinge darüber auch verstehen können Für sich selbst Aber ich würde Darüber hinaus Auf jeden Fall auch sehr gerne Nochmal Betonen Dass es auch Das spielerische Moment ist Das Mich daran fasziniert Und Also mit dieser Eingangsfrage Frauen blicken Auf Frauen Oder Frauen Verstehen sich Auf verschiedene Weise Beziehungsweise Nicht nur Also Frauensternchen Oder Flint Möchte man sagen Figuren Aus der Queer Feministischen Begrifflichkeit Sozusagen Und Wie Kann man sie In den Text Einbringen Sozusagen Und wie Wie kann man Auch mit der Sprache Arbeiten Die Natürlich Wesentlich ist In diesem Zusammenhang Ja Sehr schön Finde ich auch Den Begriff Der Erkundung Den sie da jetzt Nochmal Gebraucht haben Sozusagen Für beides Eigentlich Für den Schreibprozess Und dann ja auch Das spiegelt sich ja In der Leseerfahrung So war das Zumindest Für mich Beim Lesen Und auch Wiederhören Jetzt der Texte Spüre ich Dass da jemand etwas Dass ein Weg Beschritten wird Dass eine Erkundung In Gang gesetzt wird Auch eine Erkundung Die nach kulturellen Versatzstücken fragt Nach den Assoziationen Also wörtlich genommen Den Dingen Die miteinander verbunden sind Innerhalb eines gewissen Kulturellen Kontextes Und das aufgreift Und spielerisch In neue Assoziationen Beziehungen Und Räume stellt Und das ist Eigentlich eine schöne Brücke Zu dem Zyklus Von Von Lara Rüther Der ja auch Mit Kulturellen Versatzstücken Hier sehr konkret Ovid Und Botticelli Arbeitet Aber erstmal Vielen Dank Anna Hetzer Für das Gespräch Aber wir setzen es nachher Am Ende Nochmal fort Und Dann Vielleicht Wenn wir jetzt Wechseln Zu Ihnen Frau Rüther Dann muss ich hier ein bisschen Blättern Und Und Sind für mich Eine ganz tolle Möglichkeit Sie einmal etwas zu fragen Was ich immer gefragt werde Ich unterrichte Und dann nehme ich an Und dann nehme ich an Dass da irgendwie Eine Erfahrung zugrunde liegt Dass doch etwas Lernbar ist Witzig Dass die gefragt werden Ob man das lehren kann Weil das ja nochmal Was anderes ist Als ob man das lernen kann Ja Aber ich könnte es ja Auf keinen Fall Lehren Wäre ja wirklich Völlig sinnlos Wenn ich davon überzeugt werde Dass man es nicht Lernen kann Und wenn ich gefragt werde Ob man es lernen kann Sag ich immer Nein Und dann geht es los Das habe ich jetzt nur gesagt Damit Sie das nicht sagen Ja Ich glaube Grundsätzlich Würde ich auch Nein sagen Aber Ich glaube Dass Für mich Das Literaturinstitut Vor allem Ein Ort Ist in dem Ich Trotzdem sehr viel gelernt habe Einfach durch das ganze Umfeld Und durch das Sprechen Und Dadurch Dass es wie so ein Zuhause ist Also ich habe das jedes Mal Wenn ich da reinkomme Dass ich dann so ein Zuhausegefühl habe Und dass es Wie so ein ganz sicherer Ort ist An dem man ausprobieren kann Und an dem man sprechen kann Und Gerade Wo alle anderen Genau das gleiche wollen Wie man selbst Und Wo man sich halt diese Fragen stellen kann Die Einen sonst peinlich werden Glaube ich Also das ist es Also Fragen wie Geht das Ist das kitschig Kann man das wirklich so schreiben Oder Wie kriptet man das wirklich ein bestimmtes Gefühl aus? Ja ich glaube schon Ich glaube das ist so Am Anfang Es gibt so ein paar Phasen In so einem Schreibstudio In dem man Am Anfang ganz aufgeregt ist Und so voller Energie ist Und Dann findet man irgendwann raus So Was seine Themen sind Und Will die dann Vorstellen Dann geht man durch so eine Zeit der Präsentation Und Selbstfindung Und dann Schwenkt das ganz schnell In so eine Frustration um Jedenfalls bei mir war das Und ich habe es auch schon von einigen anderen gehört Dass Man Sehr schnell Also dann hat man das Gefühl Man kommt nicht mehr weiter Und Das ist glaube ich für mich Der wichtigste Schritt Am Literaturinstitut gewesen In dem ich gemerkt habe Ich Muss jetzt Alleine irgendwas machen Und Ich Muss mich jetzt ein bisschen weiter Von meiner Mutterhöhle Entfernen Vom DLL Und Gucken Ob ich auch Fragen In die Echte Welt stellen kann Also das wäre ja Eine unmittelbare Verknüpfung Sozusagen mit Wo verortet man sich selber Dann auch als Lyriker Fragen in die echte Welt zu stellen Oder Wie nimmt man Diskurse auf Themenstellungen auf Die Die relevant sind An denen Jetzt hier sozusagen auch Konfrontativ Oder zumindest divers Argumentiert wird Und Ich fand das ja insgesamt In den Wettbewerben Diesem Jahr Auffällig Wie viele Ganz verschiedene Ansätze Es genau zu der Frage Auch von männlicher Seite gab Wie Wie sieht Wie verstehe ich eigentlich überhaupt Identität Innerhalb sozusagen Der gesamten Zeichenkonstellationen Von Wikipedia Über Die ganz verschiedenen Virtuellen Ebenen Und Schichten Die man In den man in Texten Begegnen kann Das werden wir Ja bei Ihnen Frau Rütter Auch gleich hören Und die andere Frage War Eine Frage Eher die Fragen des Anthropozäns Betrifft Und Fragen nach Natur Dazu werden wir dann Später auch nochmal kommen Aber bevor Wirklicher Fang Der auf die Liste kommt To do ist nix Nicht mal ständig Handychecken So fühlt sich also Arbeit an Ökonomisch Star ich in den Himmel Ohne Bock Auf Metaphysik Flicke mit Astronomie Mein süßer Tick ist Suche nach Zusammenhang Kometen Nähe Mythos Also jedenfalls Venus Die ihren Körper streckt Mehr Stimme als Körper Mehr Reinschlüpfen Als drin Sie probiert meine Haut aus Zieht zyklisch weiter Okay Trennung kenne ich Sie liebt Ordnung Zwölf Achsen Umspannt mein Netz jetzt Und das Navi spinnt Vergittert Alles Offene Ich pflück was Zufall hineinwarf Zum Beispiel Muscheln Schimpansen-Gene Unbedenkliche Weite Google Was ich nicht kenn Sowas kommt vor Okay Lade ich mir Füge hinzu Das Missgeschick im Nacken Das wie die Arbeit ruht Die gestern andockte To do to do Lustig wie Venus strauchelt Bin ich ihr Punkt Ein Kringel im Meer Wirble lakonisch der Fien herum Zwei Ich gehe den technischen Weg Aber spüre ihn kaum Hab Ovid an der Hand Lehn mich voll rein Ernte romantische Blicke Das ist alles Dass er Unrecht hat Öffnet kurz die Büchse Wellengang EEG Darin springen Delfine Sie schlürfen Fische aus Muscheln Oder Schwemmen Hübsch Werkzeug und Werkzeug Super kluge Viecher Äh, hübsche Also beides Dreh das Thema um Nee, Tiere sind Dummchen Was wichtig ist Romantisch dumm Dumm wie Smartphones Google den IQ Um ihn vom Tier zu trennen Innen sind sie ausgemalt mit Smileys Außen blinkt nur Spiegelung Ihre Linien gleiten schaumig auf Plastik So, circa so, oh Nochmal textlich So, ori Qual, Hoffnung, Liturgie Okay, doch wozu die Büchse überhaupt? Guck mal kurz dumm Drei Ob er sie kennt Die auf Perlmutt schwebt Sich aus Meerwasser spaltet und ergießt Ob er Affen kennt Nicht fragen Auf der verschränkten Schulter Liegt nur ein Hauch Anatomie Äh, Astronomie Was sie verlor bei der Geburt Volans Verwehte Gene Westwind Ihre sprunghafte Natur Also Punktmutation Wow Wenn sie erst mit den Wind ablegt Den sie im Körper trägt Was für eine Frau Genom mit üblem Rosenduft Oder Gänseblümchen Ihr Dickschädel brummt Rüschen rafft das Hirn Ihr Bild entzieht sich Doch sehe ich immer alles, was sie sieht Wurst, wo, wie'd Hinterm Gemälde Dreht die Muschel um Marke ARH-GAP-FB Gen für Blumenmuster Röschen Zweite Öffnung in der Mund Beruhigt sink ich in Falten Zurück ist die Richtung, die das Hirn nicht schafft Sich umzuwissen Fixieren Ich schäme mich mit Aufwand Tippt den Code in ihre Haut, Lavi Fault ihr linker Arm Versteck ihn in den Falten Lös auf Verwandle, Lavi Sorry, aber wer ist da? Vier Ovid liegt nackt Hier auf der Scherbe Er wartet Sapfo oder so Seine Brüste fließen seitlich ab So schutzlos So sexy In Erwartung seiner Mutter Benetze ich ihn mit Seife Die Mundhöhle gebeitet Sie kommt nicht Ausgerutscht Kurzerhand umschlinge ich ihn Statt der Zungen kreiseln Sterne Wo wir knutschen, setzen sich Planeten ein Ferne Parasiten Wow Ich hoffe auf eine Sprachbarriere Und verteile Babyphones Ovid tippt Primavera Lass ihn zappeln Wenn das kein Frühling ist Blümchen rauschen sich ins Hirn Ich hör fast nix Nur Lovebirds Chilpen Mein Kortex schreibt ein Muscheltelegramm Ich bin nicht hier Auf der Scherbe Sondern Die Torsoöffnung Endlich Wow Supernova Ordnung Ich füge mich zügig ein So mütterlich hineingewebt Das Kleid betont das noch Ovid liegt nackt Sein Buch ein Loch 5 Heute demonstriert La Vida wie am Strand Im Nebel Fahnen unterm selben Mond Der Meer und Pflanzen anzieht Schau Hier auf der Scherbe Au Wächst Kaktus aus Kaktus Wie ein Puzzle im Kopf Hol das Handy Mach ein Pick Ovid tippt Still im All Darauf ein Kaktuseis Das bitzelt Klick Da würde ich am liebsten Schluss machen Aber Motten flattern aus den Fahnen Zerstören das Gewebe Zeigen, was sich nicht beweist Am Moretten im Nebel Da glitsche ich raus 6 Ich glaub, ich bin kurz aus der Zeit gerutscht Prompt bin ich Mama von Ovid Tippt Alle Hände voll to do Drück ich auf Delete Blinkt Error mich in Goldschrift an Akzeptiere ich Verschlimmert sich Was ich lieb Ist weit verzweigt und fehlt Gehen geflecht wie eingewebt In einen Blumenstrauß Der freut Schreib die Quellen nochmal neu Also das, was fehlt Vermehrt sich doch Ständig wächst die Liste noch Wächst 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 bis zum Herbst Trägt im Viertelmond die Erntereif im Netz Doch dann ist sie zu weich Was bleibt mir denn to do Was verdorrt nicht umgesetzt Mit Gefühl und Text Öffnung kommt in Stereo Liebt wie guter Schnee ins Meer La vida vidum Sieben Einige Fäden der Sonne sind Laser Andere plumpsen warm aufs Grün Wie sie einen faulen Punkt zu haben An dem ich ganz zusammenlaufe Eine laute Insel Doch das kann man so zersetzen Was am Körper lavierte Flacht sich dort aus Wird Kontinent Ich prüfe mein Netz Statt Lovebirds Hocken Primaten auf Seilen Wie Glasfasern Möglich Dass das Navi spinnt Maschen lassen zu viel durch Besonders Fläche für Licht Das Tor Das Od Der O-Ton La vida vidumchen Zur Rührung braucht es Worte Möglich Sich auf einer Zeitreise Selbst begegnen und verpassen Auflösen Tippt Ovid Die Masse böser Gesprächsfetzen Die sich weiter zersetzt Wenn wir sprechen Doch nie unerkannt Wobei Lavi-Davi die körperliche Technik meint Mit der er seine Wärme teilt Die ist antik Ich laviere Klick Manches geht durch Auf meinen faulen Fleck Sinkt ein Und die Sonne wirft mit Scherben Statt Herzen Wenn möglich mit Absicht zu fangen Aufwendig bangen Acht In Mürre mein Irrtum Will die Figurine ihren Körper knacken Klustert sie sich auf Und mit Enter öffnet sie Klick-Klack Ihr Hohlraum dringt in die Welt Ihr festgehaltener Mund in Version Heavy das Motten klackern Auf der Rinde Deine Kinder schwärmen Venus von Willendorf Love you Lavi-Davi Oh weh Wirst du entwurzelt Durch verlassen Deine Hülle sackt auf Beton oder Wasser Einbalsamiert als Anemones Beck Nie gebrauchte Sehnsucht nach Natur Hängen da etwa Amoretten am Mond Die sind doch künstlich Plage dein Mirrenherz Braunbeige Plastik Hätte gern mehr Verlässlichkeit In den Liebesschwüren der Page Ladezeiten Wenigstens Wunderkerzen Wach sein Erwachsen sein Na schon okay Plötzlich stößt die Dolde durch Spaltet der Kopf sich im Grün A und O Ab jetzt bin ich Floristin Pflückt Kontrollblumen Schön Wird sie echt was berühren Als Erdsternchen misst sie Die Einschläge anderer Auf der Kommode Wirbelt Goldenes auf Hofft sie Verliert ihre Vielfalt Wenn sie sich festlegt So bewege ich was in der Vase Oder die Vase selbst Und auf den Scherben am Boden Ein Hauch Lo and Behold Worte als florale Netzwerkübung Die Meerheut Königin Mutter hält Ovid im Background Dessen Ziel nicht die Dolde Oder Gold wäre genau Sondern das Kind mit dem Kescher Einschlag neben dem Schädel Zehn Tipp Um nicht wegzusehen Lang nichts gehört Dem Mond gedient Tipp Was ich überleben will Möglichst genau Leere Venusgeburt Bin wieder allein Nur ein bekanntes Tier Wälzt sich unter der Haut Verwandelt in Adonisröschen Mikroplastik Voll okay Ich erstelle Listen Für die Bürokratie Das sei die Idee Symbiosen zu teilen Kopf und Rumpf Tipp Mutter Kind Halt Vages zusammen Westwind Familie Sumpf Zum Beispiel Motten Flattrig und Lose Ergeben sich Uraltem Licht Und du Ich sehe Die auf dem Boden Flattern jetzt langsam umher Müde vom TV Aber wisch ihren Klon nicht weg Damit er nicht aufhört zu schlagen Damit er die Welt mit Macheten schneide Tipp Kosenamen von Kometen Sternbild geworden Das bedeutet trennen, nicht wahr? Dass ich vergesse Dich einzutragen Hier auf der Scherbe Ein wackelnder Grund aus Listen Und ich lass dich nur kurz Aus dem Kopf Klick Vielen Dank Lara Rüther Für die Lesung Und auch Ihnen nochmal Ganz herzlichen Glückwunsch Zu einem der Wolfgang Weihrauch Förderpreise 2021 Und ein bisschen Applaus Hier im Raum Ich würde Sie gerne als erstes Nach dem Titel fragen Der Zyklus heißt Laffi Daffi Dummching Und alle drei Wörter Sind ja, finde ich, sehr interessant Vielleicht sollten wir erst mal klären Was Laffi Daffi überhaupt heißt Und was mich dann besonders interessiert Ist, welche Rolle Spielt die Idee der Dummheit Für Ihren Zyklus Für diese zehn Gedichte Ja, also dieses Laffi Daffi Ist ja aus dem Englischen Wenn man so toteltäubig ist miteinander Wenn man so frisch verliebt ist miteinander Und so nicht die Zärtlichkeiten voneinander lassen kann Glaube ich Ich finde, es ist ein ganz schönes Wortpaar Weil das irgendwie so viel Spiel zeigt Und es irgendwie auch so vom Klang her Genau das ist, was es dann ist Also kann ich nicht so gut beschreiben Ja, und ja, die Dummheit Es ist ja wahrscheinlich Ich bin sehr fasziniert von dieser Von der Vorstellung von Was ist intelligent, was ist dumm Was Wann sind Menschen gerne dumm Und auch so stellen sich auch dumm Wann geht man so gerne mit so einem Stück Naivität an die Welt Und wann möchte man Dinge ganz genau wissen Auch im Zuge dazu natürlich Die Wissenschaft allgemein Dass man untersuchen will Was ist dein Mensch Was macht den Menschen so richtig menschlich Was unterscheidet ihn vom Tier Ja, vielleicht so viel zu Dummheit erst mal Ich frage vielleicht mal an der Stelle noch weiter Ich möchte noch mehr wissen Es gibt das Wort Irrtum kommt in dem Text vor Auch das Wort umzuwissen Das heißt ja Wissen nochmal umzupolen oder umzukodieren Und zugleich arbeiten sie in dem Zyklus ja mit einer ganzen Reihe von Wissenstücken Seien die jetzt bezogen auf die antike Tradition Ovid oder auf Botticelli oder auf Primatenforschung Und gibt es da eine Ist das sozusagen ein Spielarrangement Wo man einfach sagt Ich zerbreche die und arrangiere die neu zueinander Antike Vorstellung über die Geburt der Venus aus dem Wasser Über Frauenrollen Und genetische Fragen Über genau das Thema was sie eben ansprachen Was ist der Mensch überhaupt Wie würde ich das definieren Oder gibt es eine Richtung Das Wort umzuwissen würde ja beides erlauben Einfach nur rearrangieren Oder gerichtet in eine andere Richtung sich bewegen Ich könnte auch diese Frage runterbrechen und sagen Das ist ja hier auch eine ganz lustvolle Inszenierung Von weiblicher Körperlichkeit Von dem Verständnis von Gender und Sexualität Gibt es eine feministische Agenda Das ist viel zu grob Aber ja, weil der Text ist natürlich viel feiner gemacht Als dass er eine feministische Agenda an sich so hätte Aber liegt die dem drunter Oder wie würden sie das selbst charakterisieren Ist es eher sozusagen Geht es erst einmal um die Zerlegung Und um das neue spielerische Arrangement Ist das Ziel vielleicht auch etwas wie Nichtwissen zu schaffen Oder baue ich etwas Neues eher auf Ziel finde ich immer ein bisschen schwierig Für den Text allgemein Also zu sagen, dass ein Text etwas will Geht glaube ich gegen mein Literaturverständnis Natürlich bin ich Feministin Und ich glaube, dass man auch das nicht Aus seinen Texten raushalten kann Wenn man schreibt Und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Und mich interessiert auch Der Blick auf Frauen Diese Objektifizierung Die ja schon seit Die seit vielen Jahrhunderten Jahrtausend Auch unser aller Denken Über die Welt beeinflusst hat Irgendwie Und das in bestimmte Richtungen Gelenkt hat Und ich denke Was mich antreibt Ist dann eher so ein Auch so eine Art von Ja doch Ärgernis Darüber Dass Dinge so kompliziert sind Und doch wie immer Immer so in So kleine Kategorien Aufgespalten werden Ob das jetzt so nun Bestimmte Nomenklaturen sind Also man sagt Das gehört in diesen Bereich Und das gehört in diesen Bereich Und das hat alles Nichts miteinander zu tun Und ich stelle mir glaube ich Mehr Fragen Als Als Dass sie mich Dass ich mich so zufrieden geben könnte Mit Mit Nur einer Richtung Und ich glaube Das beeinflusst So mein Schreiben Diese ganzen Richtungen Aufeinander treffen zu lassen Und dabei Spaß zu haben Und zu gucken Was macht das eigentlich Wenn ich all diese Dinge In Beziehung setze Weil für mich haben die dann Irgendwie was Miteinander zu tun So Das ist ja so ähnlich Wie die Erkundungen Über die wir eben Gesprochen haben Ich schaue Was passiert Wenn ich diese Dinge Auf andere Art und Weise Zueinander in Beziehung setze Und da gibt es natürlich Da gibt es eben Kein vorgefertigtes Wissen Und es gibt auch keine Keine Richtung Die dann sozusagen Einen markierten Zielpunkt Erreichen sollte Oder würde Oder was immer der auch sein sollte Mit Ziel Ist das auch gar nicht gemeint Als ein teleologisches Ziel Wo man dann ankommt Und eine Botschaft Oder Message hat Sondern es geht nochmal Um die Gestik Zerlege ich primär Und setze Und das finde ich Ein sehr schön Vers Sofit Nackt auf der Scherbe Geht es eigentlich überhaupt Darum das zu zeigen Und bei dieser Art Von vielleicht Eben nicht Bekleidung Nicht Wissen Nicht Zusammenhang Den festzuhalten Den herzustellen Also nicht auf Kohärenz Hinzuarbeiten sozusagen Und das ist jetzt der Eindruck Den ich eher habe Aus ihrer Antwort Und dabei zugleich Spaß zu haben Ich hatte großen Spaß Bei der Lektüre Und beim Hören Dieses Zyklus Und es ist ja auch sehr auffällig Das kann man nicht so gut erkennen Wenn man das jetzt nur hört Aber sie arbeiten ja auch ganz gezielt Mit ganz traditionellen Gedichtformen Es gibt ein Sonnet Es gibt Gedichte in Terzenen Sie sind in Stufen eingeteilt Sie arbeiten mit Assonanzen Sehr schön fand ich auch Den Reim Ovid Delete Also sie arbeiten auch Über die Sprachen hinweg Vielleicht könnten Sie uns noch ein bisschen Was dazu sagen Zu der Arbeitsweise tatsächlich Sie hatten vorhin Im Eingangsgespräch gemeint Das war schon ein Das war ein Projekt Das Sie sich vorgenommen haben Und an das man sich dann auch gezielt setzt Und da weiter arbeitet Würde ich natürlich gern mehr dazu wissen Sind Sie da drauf gekommen Endlich mal Ovid Und Botticelli Also die beiden Botticelli-Gemälde Die Geburt der Venus Und Primavera Die ja schon auch wirklich So oft reproduziert sind Dass sie quasi Nicht mehr nicht kitschig sein können Die beiden aufzugreifen Und in diese Ja In diese Rotations- und Zerpuzzlungsbewegung Zu versetzen Ja wie ich da drauf gekommen bin Lässt sich jetzt glaube ich Gar nicht mehr so So ganz Für mich so Herausarbeiten Aber Es steckt eine Menge Recherche In den Gedichten Von der ich mich auch so Die Die Arbeit daran ist Währenddessen immer größer geworden Und Ich habe jetzt auch gesagt Das war ein Projekt An das ich mich gesetzt habe Aber das ist natürlich auch Das hat ja ganz andere Formen angenommen Je länger ich dran gearbeitet habe Und Diese Sonette Die dann Oder das Sonett Das dann so kaputt geworden ist Irgendwie Das Das war dann ja auch Absicht Weil ich dachte Ich glaube Ich glaube mich hat irgendwie So ein bisschen auch So angestoßen Dass Dass Diese ganzen traditionellen Formen Ja auch was für mich tun können Und dann Ja ist jetzt schwierig Schwierig für mich So Zu rekonstruieren Also ich habe Schon sehr viel Sie können ja auch Davon sprechen Wie Sie das heute selber sehen Also das Ist eine offene Frage Ja Also jetzt im Nachhinein Es Habe ich keine Ahnung mehr Wo die Zeit hingegangen ist Während der Arbeit An dem Da muss ich lachen Das geht mir auch immer so Das ist aber glaube ich Butter Darüber mal zu sprechen Am Ende hat man Hatten wir jetzt hier Zehn Gedichte Sie haben gesagt Es sind inzwischen zwölf Und Und wenn man das so hört Und liest Dann denkt man sich ja Ja so Schreibt man an dem Tag Und de facto sieht das Natürlich ganz anders aus Und ich finde auch spannend Dass Sie nochmal sagen Dass da eine ganze Menge Recherche reingeht Die Kunst ist ja Dass danach dann sozusagen Wie so Leicht In leichten Ton Sich zusammenfügend Zu präsentieren Also es war für mich auch Glaube ich das schönste Kompliment Dass Sie in der Jury Sitzung alle gesagt haben Dass Sie irgendwie Spaß hatten Das zu lesen Weil das für mich Ich glaube das allerwichtigste ist So dass man am Ende Nicht unbedingt so Auf die Nase Gestoßen wird Mit irgendwelchen Fakten Oder so Sondern Dass man Auch Freude hat Und dass Dass man irgendwie Weiterlesen möchte Obwohl man jetzt Vielleicht nicht alles weiß Was ich weiß Und Ja das Das fand ich sehr schön Ja ich finde Dass dieser Zyklus Auf sehr spezifische Weise Einen Raum wirklich aufspannt Wir hatten ja am Anfang Schon Über Räumlichkeit Oralität Geschriebenes Und die Räumlichkeit Von Gedichten In gewisser Weise Gesprochen Und jetzt Würden wir das nochmal tun Aber anders Wenn wir jetzt Sozusagen Nur den gedruckten Text Hinweis folgt Primaten Ich habe Ich habe ja schon gesagt Für die Rüschung Ja also Ja also ich habe Ja also ich habe daran Besondere Freude Das so miteinander In Beziehung zu setzen Also ob das jetzt Nur ein Botticelli ist Und Die Die seltsame Schulter Der Venus Oder Genau Die Mythologie Dahinter Und dann Zu gucken Was Was ist Was ist das für eine Art Von Mensch Die dort Geschaffen wurde Und dann halt Besonders Was ist das für eine Frau Die dort geschaffen wird Die irgendwie anatomisch Gar nicht korrekt ist Aber die halt Wie die wunderschönste Frau Aus dem Meer Entsteigt Und Von da an Auch so eine Bestimmt Auch so eine Art Von Mutterfigur ist Oder so Und An der sich dann Die Menschen messen sollen Beziehungsweise Frauen Und Ja das finde ich Interessant Schön Da ist eine Andere Verbindung Eigentlich zwischen Ihnen dreien Jetzt plötzlich nochmal Sichtbar geworden Mit dem Gemeinsamen Allen dreien Gemeinsamen Interesse An etwas Was man als Richtung Naturwissenschaften Gehend Oder zumindest Aus den Geisteswissenschaften Herausgehend Bezeichnen Würde Zum einen Bei Frau Hetzer Die Medizin Die mit Mitschwingt Bei Ihnen Jetzt eben Die Arbeit Bei den kulturellen Anthropologen Die Forschenden ja Primaten Menschen und Wölfen Und Hunden Soweit ich das weiß Und vergleichen da Und Bei Ihnen Frau Pitz Ist es ein Studium Des Maschinenbaus Wenn ich das jetzt Richtig im Kopf Habe Damit würde ich Dann auch gerne Einen Schritt Weiter gehen Erstmal vielen Dank Lara Rüther Für das Gespräch Und Zu den Gedichten Von Katrin Pitz kommen Geboren 1989 In Marburg Und Sie leben In Darmstadt Haben Maschinenbau Studiert An der TU Darmstadt Und Arbeiten Als Ingenieurin Und Wissenschaftliche Mitarbeit Ihre Genres Sehr getrennte Welten Zwei sehr getrennte Arbeiten Die ich verfolge Aber ich stolper Auch im Maschinenbau Immer mal wieder Über Meistens einzelne Begrifflichkeiten Die ich poetisch Finde Die ich schön Finde Und wo ich mir denke Die könnten noch so viel Mehr bedeuten Als das Was sie in diesem Technischen Zusammenhang Bezeichnen Und das sind Ja manchmal Anlasspunkte Die dann zu Gedichten führen Und Oder Reihen von Gedichten führen Dass ich dann Intensiver anfange Was habe ich denn da Eigentlich so für einen Wortschatz Den ich Auch täglich Um mich habe Und Was kann man Daraus für Gewinn ziehen Vielleicht auch Ich würde gerne An der Stelle Noch mal nachfragen Weil Der Zyklus Von Gedichten Den Sie uns gleich Vorlesen werden Hat ja den Titel Naturwissenschaften Und Das Danach kommt Kommen Gebilde In Sprache Und das Könnte man ja auch Lesen wie eine Art Brückenschlag Also ich komme Aus einem Aus einem Fach Mit einem Wissen Das Mit Naturgesetzen Mit Elementengesetzen Mit Kräften Und Tektonik Zu tun hat Und Schreibe aber jetzt Einen Zyklus In einer In Menschensprache Die sozusagen Auf der Seite Der Geisteswissenschaft Geht Mende ihn aber Naturwissenschaften Und Was mich daran Interessiert ist Ob das für sie Eine Dimension ist In diesem In diesem Doppelleben Auf der einen Seite Als Ingenieurin Und auf der anderen Seite als jemand Die Texte schreibt Wie Ganz verschieden Auf ganz verschiedene Art Wissen Ja verstanden Wird Oder Wissen auch Begrifflich gefasst Wird in diesen Beiden Bereichen Ich glaube Ich glaube für mich Sind die Arten von Wissen Oder die Arten Der Wissensaneignung Gar nicht so Unterschiedlich Es sind für mich Eigentlich wirklich Eher nur Unterschiedliche Felder Aber was mich In beidem Antreibt Das erst mal Und ich habe Oder so Bevor wir darüber Weiter diskutieren Würde ich Sie bitten Uns jetzt Ihre Gedichte Bitte vorzutragen Naturwissenschaften Habe eine Pflanze Getupft Habe einer Pflanze Den Anfang getupft Bin nicht weit gekommen Habe im Grunde Kartoffeln gestempelt Habe Kartoffeln Geschnitzt Habe großzügig Häute entfernt Habe die Häute Als Wurzel Erde Auf den Boden Gelegt Kamen Bilder Heraus Habe die Wundflüssigkeit Von den Schnitten Getupft Habe getupft Und geglaubt Jemand sehe später Eine Pflanze darin Habe weiße Flecken gesehen Habe sie immer Bei anderen gesehen Trage sie nun Auf den Nägeln Der dickeren Finger Deute dies Als Erscheinung Von Mangel Sind mir nächtens Und zahm Auf die Nägel gekrochen Waren vortags Noch unter der Haut Hatte vortags Das Salz Am Balkontisch Vergessen Stand nächtens Ein Klumpen Aus weiß Glaskörperig Da Ist ein mickriger Streuer Hab ihn trotzdem Sehr gern War einmal Ein Einzugsgeschenk Dazu ein Leibbrot Wasche sonntags Den Rost Von dem Deckel Der immer Verkantet Tupfe Tupfe ihn Tupfe ihn Vorsichtig Trocken Danach Brauche Den Klumpen Im Laufe Der Woche Gewissenhaft Auf Räume Immer Mein Draußensein Hinter mir Auf Habe Mich Morgens Erschrocken Am Salz Habe Habe an Vögel Gedacht Habe gedacht Die kämen Zu picken Durch die rostigen Löcher Des Deckels Habe gedacht Die waren schon Da Nächtens Und zahm Haben die Rostigen Löchlein Noch weiter Gepickt Haben Gepickt Bis der Kopf Bis zur Hälfte Durchging Haben Gepickt Wie andere Tiere Lecken Am Salz Haben mir Nächtens Ein wenig Substanz Abgerungen Habe Ein Zeichen Gesehen Habe Dabei Einen Plan Angeschaut Der Zur U-Bahn Gehört Habe Eine Sehr Scharfe Kurve Gedacht Habe Daran Gedacht Den Kopf Frühzeitig Zu Neigen Dass Er Einem Nicht Abfällt Dabei Habe Gedacht Du Bist Element Von Ohne Das Größere Zu Kennen Habe Gedacht Nein Nein Hier Täusche Ich Mich Habe Schon Einmal Zeichen Gesehen Habe Tabellen Voll Zeichen Gesehen Habe Wieder Gewusst Du Wärst Element Von Wenn Du Ein Wenig Anders Nur Wärst Habe Also Gedacht Habe Dich Schon Einmal Gesehen Vielleicht Kurz Gekannt Doch Habe Infolge Vergessen Wofür Du Stehst Spüre Nichts Destotrotz Eine Zuneigung Unter Den Bäuchen Gebe Ich Zu Habe Vier Finger In Die Gegend Gestreckt Und Gemerkt Dass Ich Fünf Davon Habe Habe Fünf Wenn Ich In Ruhe Betrachte In Der Eile Hat Sich Einer Hinter Dem Anderen Versteckt Habe Vier Eilige Finger In Die Erde Gedrückt Und Gegrübelt Ob Sie Wohl Bleiben Jemand Hat Mir Gelenke Geplant Jemand Hat Mir Die Knicke Der Finger Geplant Die Liegen Jetzt Da Kann Man Landen Darauf Laufen Männer Herum Die Simulieren Mechanisch Erwachsene Männer Mit Silberblech Fliegern Halten Die Hände In Vollem Bewusstsein Dass Sie Für Etwas Anderes Stehen Laufen Konzentriert In Der Gegend Herum Simulieren Die Luft Und Nur Thermik Wirbel Und Schleppen Fallen Unter Den Tisch Sprechen Ihre Geheimsprache Freimütig Aus Funken Sich An Obwohl Sie Ganz Nah Sind Funken Sich Grazer Links Rechts Die Wissen Wo Landen Teilen Die Flieger Sich Auf In Gleiche Portionen Setzen Rädchen Die Fest Stehen Auf Auf Die Erdigen Finger Ist Ein Druck In Den Kuppen Den Mustern Die Man Mir Nimmt Wenn Ich Über See Reise Ist Ein Druck Aber Der Geht Schon Der Wandert Es Bald Wieder Weg Man Muss Es Nur Sagen Freimütig Raus Habe Diese Hand Gar Nicht Mehr Habe Diese Hand Gar Nicht Mehr In Der Erde Habe Sie Wieder Am Arm Habe Bloß Drücke Gelassen Drückte Einen Teil Von Mir Ab Habe Vier Eilige Finger Für Spätere Männer In Die Erde Gelegt Können Nun Landen Darauf Habe Geplant Wo Die Männer Mal Landen Ruckelt Ein Wenig Nur An Den Knicken Aber Das Geht Schon Ist Man Meist Schnell Drüber Weg Hat Dein Schütze Die Nässe In Geköpft Hat Dein Schütze Mit Mannschaft Geübt In Der Alle Nur Einzelne Sind Hat Dem Wuchern Ein Ende gemacht Meine Bank Überwuchert Eine Sitzfläche Über Und Über Benesselt War Kein Sitzen Mehr drauf Hätte Gebrannt Wegen Der Nesseln Üben Trüben Die Schützen Habe Nie Einen Pause Machen Gesehen Setzen Den Bogen Mal Ab Aber Sich Selber Nicht Hin Den Noch Sind Die Bestände Nun Fort Brandte Einmal Einer Anstelle Der Nesseln Ist Ringsum Noch Grün Kann Kein Glaube Ans Feuer Ein Ernsthafter Sein Ist Ein Schütze Gewesen Ein Ein Einzelner Mann Hat Einer Einmal Glücklich Gezielt Üben Immer Das Zielen Während Rings Um Die Zäune Löchrig Dastehen Hat Einer Einmal Ein Loch Aus Genutzt Hat Die Nesseln Getroffen Hat Allen Auf Einmal Den Kopf Ab Gemäht Wäre Nun Bereit Meine Stähle Zu Tauschen Habe Lange Geübt Habe Lange In Leere Flure Gesprochen Habe Am Nacken Eine Stelle An Der Läuft Es Den Rücken Hinab Laufe Noch Immer Nackt Wie Ein Kind Dem Man Bloß Seinen Schlüssel Umhängt Gebe Meine Gewalt Heute Her Ohne Reumütig Schauen Denke Heute Viel Lieber An Bauten Aus Weichteilsubstanz Kenne Den Mann Hier Im Baumarkt Der Lächelt Mich An Und Füllt Großzügig Ab Wäre Bereit Nun Für All Diese Werdende Plastik Dürftest Vielleicht Eine Zeit Lang Nicht Lachen Vor Mir Wäre Bereit Meine Stähle Zu Tauschen Und Fürchte Mich Dennoch Ein Wenig Habe Angst Vor Dem Faulschlag Habe Einmal Die Trauben Faulen Gesehen Habe Trauben Vom Markt Nach Hause Getragen Habe Trauben Für Uns Beide Gekauft Von Den Nebeln Her Faulten Sie An Habe Versucht Ihren Pflaumen Aus Den Nebeln Zu Waschen Habe Ihnen Dabei Die Halben Körper Zerrupft Waren Doch Eben Erst Frisch Vom Markt Nach Hause Gekommen Waren Weichteilig Braun Habe Ein Helles Blau Von den Treppen Geklaubt Habe Mir Wirklich Mühe Gegeben Auch Von Den Set Stufen Blaue Pünktchen Gepickt Habe Versucht Deine Freunde Zu Mögen Habe Versucht Zu Verstehen Wie Sehr Man Sich Freut Auf Ein Kind Habe Versucht Zu Verstehen Wie Sehr Man Sich Freut Auf Etwas Das Dran Ist Am Kind Hätten Andere Noch Sorge Gehabt Es Unterwegs Zu Verlieren Habe Mir Wirklich Mühe Gegeben Finde Immer Noch Findlinge Verteilt Übers Haus Habe Immer Gedacht Ich Wisse Was Tun Habe Gewusst Es Gibt Solche Pflanzen Die Wurzeln In Sehr Feuchtem Grund Sind Immer Im Feuchten Sind Regelrecht Nass Quellen Bissern Die Lichtschicht Heran Heißen Moose Und Ziehen Blättrige Finger Gib Gewächse Den Wachsen Tausende Gar Habe Mich Immer Vor Solcher Berührung Geekelt Muss Man Ruhe Bewahren Wenn Man Einmal Hineinkommt Muss Man Sich Selbst Eine Ruhe Bewahren Sagten Mir Zahlreiche Träne Dreh Den Rücken Aufs Wasser Und Dann Kraul Mit Den Beinen Habe Zahlreiche Träne Gehört Hat Nicht Einer Die Ruhe Erklärt Am Grund Sind Die Stämmchen Stase Nicht Nackt Möchte Sie Gründlich Verbannen Möchte Sie Schlingmoose Schelten Und Die Füße Augenblicklich Verlieren Gibt Es Codes Für Selbst Für Das Zeug Hier Am Boden Gibt Es Für Alles Das In Die Rotierenden Finger Gerät Dach Sind Fürs Fliegen Gibt Welche Die Fliegen In Rotierende Schaufeln Hinein Möchte Man Ungern Nur Haben Kommt Hinten Gehacktes Heraus Kann Man Gar Nicht Mehr Fliegen Muss Man Die Schaufeln Sorgfältig Anschauen Zunächst Holt Man Den Vogel Verscheucher Macht Man Die Grüppchen Zeit Dick Noch Aus Holt Man Männer Die Haupt Beruflich Verscheuchen Gibt Männer Die Tragen Falken Am Arm Oder Schießen Ein Wenig Haben Eigene Autos Die Vogel Verscheucher Kommen Mit eigenen Autos Bis Auf Die Bahnen Gefahren Gibt Radar Anlagen Die Rotieren Rotieren Taucht Manchmal Ein Auto Auf Nacht Schwarzen Bildschirmen Auf Gibt Es Codes Für Kann Man Dann Sagen Ach Der War Es Ja 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 Habe Dich Ausholen Sehen Habe Gedacht Ein Langer Stock Nutzt Seine Länge Zum Schwung Habe Dich Durchschwingen Sehen Ein Brett In Zwei Teile Geteilt Hätte Plong Plong Gemacht Hätte Keiner Bemerkt Weil Bei mir Noch Das Staunen Bei dir Die Versenkung Zu Groß Wären Zwei Brettchen Zu Boden Gesunken Hätten Wir Später Ein Freund Mit Kamin Finden Müssen Habe Mich In Der Bewegung Getäuscht Weiß Inzwischen Man Tippt Mit Der Spitze Aufs Holz Hat Der Stock Seine Länge Bloß Zu Zwecken Des Griffes Höre Hölzerne Klopfzahlen Nun Höre Klopfen Und Klopfen Und Zähle Bis Etwas Fällt Habe Habe Nach Vorführung Deiner Künste gefragt Habe An Den Dämmen Genagt Habe An Den Dämmen Unter Deinen Augen Genagt Totholzig Sind Die Geworden Habe Mich Beinah Übel Gegessen Daran Bin Sicherheitshalber Nach Hause Gefahren Habe Die Bahn Nach Hause Genommen Habe Eine Pille Gegen Das Übel Genommen Das Mit Einer Reise Einher Gehen Kann Habe Es Sicherheitshalber Einige Male Getan Habe An Stähle Gedacht Und An Trag Fähigkeit Habe Sorgenvoll Nach Den Fenstern Geschaut Hat Jemand Fenster Groß Löcher Geschnitten Und Der Rest Drückt Nun Wacker Die Arme Drückt Mit Den Armen Die Decke Nach Oben Und Noch Geht Es Gut Hat Jemand Gedacht Kann Man Die Arme Auch Noch Gebrauchen Zum Jacken Aufhängen Habe Ich Sicherheitshalber Nicht Ausprobiert Sagt Mir Am Ausstieg Eine Mechanische Stimme Schauen Sie Nach Menschen Vergessen Hier Gern Habe Dich Lecklaufend Liegen Gelassen Hat Jemand Die Felder Beschnitten Hat Jemand Den Feldern Ihre Wege Geschnitten War Jemand Großzüge Mit Und Ein Wenig Verwirrt Hat Jemand Gedacht Leben Von Außen Kommt Hier Ohne Hin Keines Hin Nehmen Wir Das Also Selbst In Die Hand Hat Sich Jemand Ein Rätsel Samt Lösung Gedacht Habe Per Zufall Dein Schnitt Bild Gesehen Gelb Flächig Warst Du Sachte Schraffiert Läuft Man Schwitzend Hindurch Am Ausgang Gewinnt Man Vielleicht Die Ballon Fahrt Vielleicht Kommt Man Mal Wieder Sofern Nicht Der Monat September Vor Einem Kommt Hat Jemand Die Felder Beschnitten Bleibt Von Den Blüten Nichts Übrig Als Nabhaftigkeit Hatten Diese Schon Früh Ausgebildet Trugen Auf Den Häuptern Ein Büschel Aus Napa Durch Das Wir Widerstandslos Unsere Fingerchen Kämmten Hatten Bis Dahin Schon Allerlei Farbstoff Verloren Haben In Folge Gelernt Wie Man Durchsichtig Ist Vielen Dank Karin Pitz Und Auch Ihnen Ganz Herzlichen Glückwunsch Zum Leon Solena Preis 2021 Das Freut Mich Sehr Meine Erste Frage Ist Was Ist Mit Dem Ich Passiert Ja Das Ich Ist Sehr Zurück Genommen Es Ist Nicht Wahr Zu Sagen Es Taucht Gar Nicht Auf Es Gibt Glaub Ich Drei Oder Vier Stellen An Den Es Auftaucht Aber In Den Meisten Konstruktion Ist Das Ich Weggelassen Ja Was Irgendwie Gleichzeitig Heißt Dass Es Zurück Getreten Ist Aber In Dem Was Erzählt Wird Ist Es Glaube Ich Doch Sehr Präsent Weil Es Doch Von Persönlichen Von Alltäglichen Erleben Und Deuten Dieses Erlebens Spricht Wo Ja Irgendwie Eine Person Da Sein Muss Die Das Wieder Gibt Ist Das Also Es Gibt Ja Diesen Ausdruck Im Das Da In Texten Auftaucht Und Meistens An Dem Personalpronomen Festgemacht Wird Und Bei Ihnen Fehlt Das In Der Regel Dieses Personalpronomen Und Die Sätze Setzen Ein Mit Ein Habe 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 Und Zum Beispiel Das Wir Vor allen Dingen Eine Inhaltliche Frage Ich Frag So Weil Mich Interessiert Der Bau Sozusagen Ihrer Gedichte Auch Das Hat Man Jetzt Nicht Gesehen Aber Die Sind Im Blogsatz Geschrieben Und Wirken Ja Zunächst Mal Wenn Man Auf Die Seite Schaut Sieht Das Erstmal Nach Prosa Aus Und Das Syrische Ich Ist Ja So Eben Eine Spezifische Art Und Weise In Der Lyrik Überhaupt Mit Pronomen Umzugehen Weil Die Häufig Eigentlich Sozusagen Wie Nur So Stadthalter Sind Und Was Sie Jetzt Sagen Weiß Ja Genau In Die Andere Richtung Da Ist Ihr Ein Ich Das Sich Zwar Zurück Nimmt Aber Das Natürlich Dann Immer Noch Da Ist In diesem Raum Das Sich Zurück Nimmt Aber Die Figur Ist Die Die Wahrnehmung Und Die Emotionen Bündelt Habe Ich Das Richtig Verstanden Ja Würde Ich Schon Nennen Ich Finde Begriff Des Platzhalters Auch Ganz Treffend Das Mal Auf Die Texte Stellt Ich Glaube Ich Habe Nicht Einen Zweifel An Dem Ich Was Da Spricht Aber Ich Habe Einen Zweifel Daran Ob Es Dieses Ich Sein Muss Also Ob Es Nicht Genauso Gut Jemand Anderes Erzählen Könnte Ob Nicht Genauso Gut Jemand Anderes Diese Art Von Emotion Und Teilweise Auch Von Eher Gewaltvoll Erleben Hätte Erzählen Können Mit Vielleicht Relativ Ähnlich Im Inhalt Und Nur Ein Bisschen Anderem Vokabular Ja Und Hängt Dafür Das War Für Mich Eine Frage Auch Zusammen Damit Zusammen Dass Es Ja So Eine Anwesenheit Imbalance Die Ich Sehr Spannend Finde Eigentlich Im Zyklus Ich Habe Ein Ich Das Quasi Nicht Als Pronomen Erscheint Aber Natürlich In Der Verbform Immer Abgespeichert Ist Deswegen Verstehe Ich Ja Auch Dass Ein Ich Spricht Aber Mehrfach Wird Ein Du Angesprochen Und Dieses Pronomen Erscheint Ja Auch Und Typischerweise Hätte Man Ja Die Vorstellung Ein Ich Das Da Ist Sehr Präsent Das Ist Das Zentrum Der Welt Auch Das Zentrum Eines Textes Und Das Du Ist Sozusagen Wie Eine Abgeleitete Figur Dieses Ich Aber Bei Ihnen Scheint Es Gerade Also Dagegen Gearbeitet Zu Sein Wie So Eine Innere Spannung Das Du Wird Auch Als Pronomen Greifbar Aber Dafür Weniger Als Person Wäre Jetzt Mein Lese Eindruck Verbinde Ich Aber Auch Nochmal Mit einer Frage Anschließend Das Was Sie Eben Sagten Wie Persönlich Oder Individuell Sind Diese Personen Eigentlich Vielleicht Steckt Da Ich Glaube Es Es Sehr Viel Einfacher An Sich Selbst Zu Zweifeln Aber Den Anderen Der Einem Gegenüber Steht Als Sicher Und Klar Anzunehmen Zumindest So Gut Wie Man Den Kennt Und Vielleicht Ist Das So Ein Unbewusst Mit In Diese Texte Gerutscht Man Man Könnte Es Ja Mit Den Deutschen Verb Formen Durchaus Auch Hin Bekommen Dass Man Auch Weiß Wann Es Du Und Nur Das Verb Da Steht Genau Sie Übersetzen Aus dem Spanischen Wenn Ich Das Richtig Erinnere Da Kann Man Die Pronomen Man 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 Benutzen Aber Normalerweise Benutzt Man Nicht Die Lässt Man Weg Im Verb Steckt Ja So 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 Die Beugung Schon Drinnen Habe Hast Und So Weiß Ich Genau Welche Person Gemeint Ist Könnte Man Ja Eigentlich Reform Vorschlag Für Das Deutsche Wir Lassen Pronomen Jetzt Weg Aber Da Wir Das Nicht Tun Es Ist Ja Ich Auch Nicht Ernst Aber Ich Finde Es Als Literarisches Mittel Interessant Zu Beobachten Was Passiert Weil Ich Glaube Dass Sie Zwei Sachen Miteinander Kombinieren Die Quasi Sie Sie Bürsten Die Gegen Den Strich Sie Nehmen Den Blocksatz Und Der Ist Ja Aber Durch Die Relative Gezielte Monotonie Des Satzbaus Wird Der Ganz Anders Verflüssigt Der Wird Rhythmisiert Und Dadurch Wie Sie Mit Motiven Umgehen Von Einem Satz Komme Ich Mit Irgendein Verb Oder Dem Motiv In Den Nächsten Oder Das Motiv Der Finger Verbindet Alles Miteinander Der Blocksatz Ist Was Stachers Und Der Wird Dadurch Verflüssigt Und Zugleich Baue Ich Sozusagen Die Übliche Das Übliche Arrangement Oder Hier 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 Verhältnis Zwischen Ich Und Du Ab Indem Ich Es Umkehre Und Dass Die Frage An Sie Wäre Hat Das Damit Zu Tun Dass Es Auch Hier Um Eigentlich Sie Sagen Eben Um Vergewissen Um Erkennen Neugier Die Sie Antreibt Dass Es Auch Hier Um Ein Vorgang Eigentlich Des Erforschens Geht In Ihrem Zyklus Ja Das Kann Ich Auf Jeden Fall Mit Gehen Diese Beobachtung Und Ich Bin Mir Schon Bewusst Dass Die Texte Wie Sie Gesetzt Sind Erstmal So Was Blockartiges Monolithisches Haben Was Nicht Leicht Zugänglich Wirkt Und Ich Glaube Dem Wirke Ich Aber So Ein Bisschen Entgegen Durch Diesen Rhythmus Der Da Drinnen Ist Und Dieser Widerspruch Gefällt Mir Auch Ganz Gut Dass Es Auf Ist Und Was Man Sich Dann Aber Wenn Man Es Laut Spricht Doch Zugänglich Machen Kann Ja Das Stimmt Hier Ist Ja Nochmal Ganz Bewusst Auch Gearbeitet Mit Dem Visuellen Eindruck Wie Sieht Das Auf Der Seite Aus Und Was Macht Das Ohr Dann Eigentlich Wenn Ich Eine Stimme Ihrer Stimme Oder Der Stimme In der Ich Mir Das Vielleicht Selber Vorlese Folge Ich Wird Gerne Noch Dichten Aber Eher Nicht Laut Sprechen Beim Schreiben Von Prosa Was Mich Auf Die Frage Bringt Das Hätte Ich Nicht Erwartet So Zusehen Nach dem Text Aber Es Bringt Mich Auf Die Frage Ist Das Für Sie So Klar Geschieden Denn Ihr Text Hier Scheint Ja Sehr Genau So Sehr Gezielt Und Effektiv Auch Auf einer Grenze Angesiedelt Zu Sein Ja So Klar Kann Ich Das Leuten Über Texte Spreche Das Mir Häufig Gesagt Wird Meine Prosa Klingt Sehr Lyrisch Und Meine Lyrik Klingt Sehr Narrativ Und Eigentlich Bin Ich Da Inzwischen An Punkt Wo Ich Mir Denke Naja Ist Mir Auch Gar Nicht So Wichtig Was Es Denn Nun Ist Ich Glaube Ja Es Sind Diese Seiten Wo Sich Das Naher Kommt Die Die Mich Reizen Und Es Scheint Dir Auch Vor Ein Wegfahren Ein Aufeinander Zugehen Ein Miteinander Sein Und Könnte Man Sagen Ich Bin Mir Nicht Sicher Aber Ich Stell Es Mal In Den Raum Ist Das Zweite Du Als Bezugsgröße Ist Das So Etwas Wie Natur Natur Raum Ich Würde Vielleicht So Noch Ein Bisschen Weiter Fassen Dass Das Zweite Du Auch Einfach Eine Leerstelle Ist Die Die Fast Beliebig Gefüllt Werden Kann Dadurch Dass Es Ja Nicht So Konkret Wird Als Person Man Ahnt Irgendwie Das Könnte Eine Person Sein Aber Eigentlich Erfahren Wir Ja Nicht Viel Darüber Was Diese Person Jetzt Konkret Ausmachen Würde Und Damit Ist Es Ja Auch Wieder Offen Nicht Nur Eine Zu Sein Sondern Viele Sein Zu Können Oder Sogar Was Nicht Persönliches Sein Diese Fingern Etwas Etwas Ertastet Und Das Kann Ein Naturraum Sein Wie Erde Es Kann Wendet Sich Dann Pflanzen Zu Vögel Kommen Vor Das Finde Ich Interessant Was Sie Andeuten Schon Vorhin Mit Der Mit Ihren eigenen Zweifeln Oder Ihrer Frage Danach Dieses Ich Hätte Ja Auch Alles Nochmal Von Anderen Gebündelten Ich Er Geschrieben Sein Können Und Dann Würde Ein Ähnlicher Aber Nicht Identischer Text Entstehen Das Heißt Jetzt Sagen Sie Das Sind Alles Leerstellen Die Könnten Auch Anders Gefüllt Sein Dann Taucht Natürlich Sozusagen Auf Als Frage Die Vorstellung Von Der Zufälligkeit Von Gewissen Ich Nehme Jetzt Mal Ein Wort Auf Von Unser Ersten Diskussion Von Gewissen Assoziationen Mehr Oder Minder Zufällig Ist Die Wahrnehmungsinstanz Die Ich Verloren Hat Als Pronomen Versucht Sich Sozusagen An Der Ein Stelle Zu Verorten Also Eine Art Ganz Fluide Identität Die Sie Eigentlich In Den Block Rahmen Gesperrt Haben Um Sie Überhaupt Irgendwie Einzufangen Ja Ich Glaube Dieses Einsperren Ist Schon Auch Was Sehr Treffendes Ich Nehme Da So Gewisse Stränge War Die Diese Eindrücke Verbinden Und Das Sind Zum Beispiel Die Finger Oder Die Pflanzen Oder Eine Fliegende Welt Also Teilweise Die Vögel Teilweise Eher So Was Richtung Flugzeuge Radaranlagen Geht Das Sind So Die Vereinten Elemente Und Darum Herum Fasert Ist Aber Durchaus Auch Aus Und Auch Da Würde Ich Sagen Es Ist Eine Auswahl Die Ich Getroffen Habe Aber Es Ist Wahrscheinlich Nicht Die Einzig Mögliche Auswahl Ich Könnte So Spannend Bildern Bildern Schwanger Gehe Und Ich Schreibe Erstmal Noch Gar Nichts Auf Oder Vielleicht Mal Ein Zwei Zeilen In Notizbuch Oder So Und Wenn Ich Mich Dann Hinsetze Und Sage Und Jetzt Möchte Ich Das Mal Aufschreiben In In Ersten Version Dann Geht Mir Das Relativ Schnell Von Der Hand Also Ich Weiß Es Zwei Zwei Tage Waren In Ich Die Erste Version Von Diesen Texten Geschrieben Habe Und Dann Ich Sie Noch Mal Ein Bisschen Liegen Gelassen Und Dann Mit Abstand Noch Mal Drauf Geschaut Und Und Dann So Diese Überarbeitungs Und Anordnungs Und Lautsprech Phasen Und Das Alles Durch Das Spürt Man Natürlich Auch Es Gibt Eine Gewisse Einheit Doch Ein Gewisses Zusammengehören Durch Die Tonalität Und Auch Durch Das Verkettungs Prinzip Wie Sie Sozusagen Von Einem Motiv Innerhalb Eines Der Texte Zu Dem Nächsten Kommen Das Ist Ja Wie So Eine Logik Eine Spezifische Logik Der Sprache Die Sich Da Entfaltet Und Die Auch Die Schönheit Ausmacht Das Ganzen Eine Frage Hätte Ich Noch Zurück Gehend Auf Die Diskussionen Und Auch Auf Den Die Laudatio Sozusagen Dem Preiszuschreibungstext Da Steht Auch Drin Dass Eine Die Sprache Sich Durch Eine Von Zurichtung Und Versehrtheit Geprägte Landschaft Bewegt Und Ich Habe Jetzt Nach dem Was Sie Sagt Eigentlich Eher Verstanden Dass Das Quasi Wie Ein Nebeneffekt Dass Das So Ist Das Ist Nicht Das Prinzipielle Thema Ich Glaube Es Die Frage Von Eben Stellen Warum Stellt Uns Dieses Ich Jetzt Gerade Diese Eindrücke Dar Und Ich Glaube Was Sie Auch Alle Wieder Bündelt Und Eint Ist Dass Sie Von Keiner Heilen Welt Erzählen Dass Schläge Passieren Dass Löcher Vorkommen Und Dinge Fehlen Und Kaputt Sind Und Wehtun Und Ich Glaube Das Ist Schon Was Was Diesen Blick Gelenkt Hat Und Was Was Mir Dann Wichtig Wäre So So Stehen Zu Lassen Als Das Was Eine Klammer Um Die Texte Ist Ja Also Das Thema Der Versehrtheit Tatsächlich Ist Ein Schönes Wort Und Sowohl In Der In Dieser Pflanzenwelt Die Uns Gezeigt Wird Also Ich Möchte Ja Kein Finger In Ihrem Gedicht Zyklus Seien Da Wird Man Immer In So Sachen Reingesteckt Die Nicht Reingesteckt Werden Möchte Weil Man Überhaupt Nicht Weiß Was einem Dann Passiert Und Zugleich Sind Ja Auch Die Figuren Selbst Sind Auch Versehrt Oder Haben So Lösch Ich Haben Teile Haben Das Pronomen Ich Verloren Oder Haben Identitätsmarke Oder Zuschreibungsmöglichkeiten Verloren Und Bewegen Sich Dann In Verschiedenen Schichten Einer Versehrten Luftigen Und Erdigen Aber Im Zwischenraum Vielleicht Auch Fraglichen Welt In In Diesem Zyklus In Dem Sehr Was Ich Sehr Schön Fand Daran Auch Indem Man Indem Wirklich Auch Durch Die Gewisse Monotonie Des Sprechens So Eine Art Echo Oder Nachklang Oder Langsamkeit Entsteht In Der Gefühle Aufkommen Und Das Nach dem Was Sie Sagen Das Ist Natürlich Beim Schreiben Eigentlich Nie Ein Willentlicher Prozess Aber Etwas Was Man Dann Was Man Selber Auch Fühlt Werden Sie Davon Selber Mit Angesteckt Beim Schreiben Generiert Das Neuen Text So So Also Ich Ziele Darauf Hin Auf Diesen Merkwürdigen Bereich Beim Schreiben Ich Finde Gerade Von Lyric Zwischen Bewusster Steuerung Und Geführt Werden Von Dem Was Schon Da Ist Wenn Man Ich Kann Mir Nicht Vorstellen Ich Bin Kein Mensch Der Im Kopf Alle Schon Vorarbeitet Ich Musste Immer Anfangen zu Schreiben Damit Überhaupt Was Entsteht Und Das Scheint Ja Schon Eine Gewisse Atmosphäre Zu Erzeugen Was Sie Sich Ausdenken Was Vorher Im Kopf Gebaut Wird Und Kommt Dann Auf Die Auf Papier Und Trägt Seinen Ton Bereits Mit Sich Und Diese Atmosphäre Ja Schon Also Das Hat Schon Noch Ein Bisschen Eigendynamik Entwickelt Ich Hatte So Eine Grobe Vorstellung Im Kopf Als Ich Angefangen Hab Zu Schreiben Und Das War Ich Auch Durch Diesen Ton Einfach Das Weiter zu Schreiben Weil Es Wirklich Fast Ja Fast Dazu Gezwungen Hat Diesen Ton Jetzt Weiter Beizubehalten Und Darin Zu Erzählen Es Mir Eher Schwer Gefallen Als Ich Danach Also Tritt Ja Eine Bestimmte So Ein Sog Es Wie So Ein Ohrwurm Im Schreibkopf Dann Ich Muss Dann Auch Immer Schnell Vergessen Was Ich Geschrieben Habe Oder Was Es Geht Ja Manchmal Gar Nicht Schnell Und Man Muss Warten Bis Es Wieder Aus Dem System Raus gekommen Ist Ja Vielen Dank Ich Würde Gerne Noch Zum Abschluss Schon Mehr Oder Minder Eine Frage In Die In Die Runde Richten Die Ich Ganz Allgemein Stelle Einfach Auch Um Ihnen Freiraum Zu Lassen Sie Zu Beantworten Was Ist Ihnen Selbst Wichtig Daran Gedichte Zu Schreiben Also Warum Überhaupt Diese Genre Was Oder Was Sind Für Sie Die Was Ist Das Besondere Potenzial Das Sich Für Sie Mit Diesem Mit Diesen Texten Verbindet Vielleicht Machen Wir Die Runde Jetzt nochmal Sodass Ein bisschen Die Stimmen Sich Mischen Und Ich Darf Sie Anna Hetzer Fragen Ob Sie Zuerst Beantworten Wollen Ja Ich Wird Mal So Ein Bisschen Brainstorming Betreiben Und Überlegen Also Ein Aspekt Hatten Wir Dass Das Etwas Das Auf jeden Fall Für mich Eine Große Rolle Spielt Die Musikalität Also Die Möglichkeit Auch Mit Musik Zusammen Arbeiten Ist Eine Art Und Ein weiterer Aspekt ist Dass ich glaube Lyrik hat Das radikalste Potenzial Mit Sprache Zu Arbeiten Und zu Experimentieren Und das ist Für mich Sozusagen Auf Na Text Ebene Etwas Das Mich Sehr An Diesem Genre Reizt Und Eben Auch Die Möglichkeit Text Auf Eine Gewisse Weise Verfügbar Zu Machen Oder Zu Kombinieren Mit Anderen Kunst Genres Die In Der Lyrik Noch Mal Anders Möglich Sind Als Für Andere Texte Ist Jetzt Meine Mutmaßung Aber Auch Meine Erfahrung Ja Vielen Dank Sehr schön Lara Rüther Für mich Ist es Wahrscheinlich Auch Dieses Spielen Ich glaube Ich Fühle Mich Habe Mehr Das Gefühl Ich kann Spielen Wenn ich Gedichte Schreibe Und Freier Sein Und Witzig Sein Und Ich Habe Auch Das Gefühl Ich Kann Mir Was Ausdenken Gleichzeitig Aber Trotzdem Etwas Über Mich Erzählen Und Ja Ich glaube Es Ist Irgendwie So Dieses Diese Völlige Freiheit Alles Miteinander zu tun Die 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 Mir In der Prosa Nicht Erlauben Würde So Da Habe Ich Glaub Ich Mehr So Eine Zensoren In mir Die Die Dann Denkt So Wenn Ich Prosa Schreibe Dann Will Ich Eine Geschichte Lesen Will Ich Dann Auch Eine Geschichte Erzählen Und In der Lyrik Kann Ich Behaupten Eine Geschichte Zu Erzählen Ohne Sie Ohne Sie Ohne Mich Irgendwie Fremden Regeln Zu Unterwerfen Sondern Meine eigenen Zu Schaffen Danke Und Katrin Pitz Für Mich Ist Auch Eine Große Ernsthaftigkeit Dabei Womit Ich Gar Nicht Dem Spielen Widersprechen Möchte Das Sehe Ich Schon Auch Und Das Ist Mir Auch Wichtig Aber Was Ich An Der Lyrik Auch Mag Dass Man Ja Sehr Genau Sehr Ernst Mit Worten Umgehen Muss Es Fällt Sofort Auf Wenn Man Mit Irgendeinem Wort Schlampig War Und Es Gefällt Mir Auch Wahnsinnig Gut Wenn Man In Dialog Über Gedichte Tritt Und Hat Gegenüber Die Die Auch So Kleinlich Sind Und Mit Den Man Streiten Kann Ob Da Das Oder Das In Gehört Das Sind Mir Furchtbar Sympathische Momente Und Das Kenne Ich Eher Aus Der Lyrik Ich Glaub Bei Na Prosa Lässt Man Viel Das So Ein Langer Prosa Text Das Ist Wie So Eine Transatlantik Überquerung Mit Dem Dampfschiff Oder Segelschiff Du bist Einfach Lange Unterwegs Und Wenn Es Mal Zwei Stunden Lang Nicht So Genau Zu Geht Oder Nichts Passiert Das Wird Einfach Hingenommen Auf Der Langen Strecke Aber In Im Gedicht Ist Das Natürlich Gar Nicht So Das Ist Sehr Schön Was Die Drei Jetzt Ges Und Als Ein Raum Der Genauigkeit Und Der Ernsthaftigkeit Das Nehme Ich Mit Aus unserem Gespräch Dafür Danke Ich Ihnen Sehr Und Jetzt Wollen Wir Aber Noch Einmal Gedichte Hören Und Vielleicht Würden Sie Anfangen Frau Pitz Und Dann Darra Rüther Lesen Und Zum Abschluss Sie Frau Hetze Ja Ich würde Gerne Noch Mal Die Codes Lesen Gibt Es Codes Für Selbst Für Das Zeug Hier Am Boden Gibt Es Für Alles Das In Die Rotierenden Finger Gerät Gibt Vögel Die Lagern Gern Auf Plätzen Die Gedacht Sind Fürs Fliegen Gibt Welche Die Fliegen In Rotierende Schaufeln Hinein Möchte Man Ungern Nur Haben Kommt Hinten Gehacktes Heraus Kann Man Gar Nicht Mehr Fliegen Muss Man Die Schaufeln Sorgfältig Anschauen Zunächst Holt Man Den Vogel Verscheucher Macht Man Die Grüppchen Zeitig Noch Aus Holt Man Männer Die Hauptberuflich Verscheuchen Gibt Männer Die Tragen Falken Am Arm Oder Schießen Ein Wenig Haben Eigene Autos Die Vogel Verscheucher Kommen Mit Eigenen Autos Bis Auf Die Bahnen Gefahren Gibt Radar Anlagen Die Rotieren Rotieren Taucht Manchmal Ein Auto Auf Nacht Schwarzen Bildschirmen Auf Gibt Es Elf Ich behaupte nicht, Leben gefunden zu haben, aber Love Ja, ich hab Gas detektiert, Planetar Ich, Dummchen, tipp also, Life in the clouds Lecker, so leicht hin Feuchtigkeit bedingt mein Verschwinden in all-ocean-feelings In so viele Sterne Auf äußeren Wolken tummeln sich Mikroben, verwirren mein Hirn Kein Hai, Delfin, doch Pixelrosen, wie verliebt sie schmusen Ich bin allein, in Love, genau, die frühste Venus Ich träum übrigens nicht mehr Jetzt, da Elektronen mich durchströmen, vergrößert sich die Aussicht von selbst Umschauen als Röschen auf Sterne, Blick bis zum Meer Ich google, was sich tummelt Es ist ein Grönland-Hai, seit 1627 Wie hinter ihm flotte Amoretten tanzen Ich die Josaria Und wenn's doch nur ein Diorama ist Noch da? Da gewisse Gedanken beruhigen, konzentriere ich mich auf Drama und Namen Die Martha von Milo, die im freien Fall Scherben benennt Im All, da falle ich aus den Wolken in die Venus Medici Am Grönlandteil vorbei in Sand, auf die Erde War also doch nur eine Sternchen-Kopie-Kopie Die Idee, ein Trick Um ein Leere heranzureichen, erfinde ich Love Anatomie Du meine perlenfingernde Nonne O Juna, du meintest doch keinen Rosenkranz, oder? Eine Woolly Rose vielleicht wie ein Sexton Eine wollene Rose, die beim Öffnen ihre Falten zeigt Ein pelziges Tierchen, das, anders als eine Auster Nicht im Kalkgehäuse liegt Eine Perle bebrütet Oder von einer stumpfen Klingel gebrochen wird Um sie dann mit Zitrone zu schlürfen Auch keine Schnecke Obwohl schon eher Hermaphrodit Etwas Süßes Auch keine reife Pflaume Keine halbgespaltene Kastanienhaut Stachlich oder als glatter Huf Nein, ich meine all das nicht Ganz herzlichen Dank Nochmal in die Runde Ganz herzlichen Dank an Sie Dass Sie zugehört, uns zugesehen haben Dass Sie dabei waren Dass Sie mit uns eingetreten sind In einen Raum der Genauigkeit Der Radikalität Des Erfindens Des Erzählens in Lücken Des Erzählens durch Nichterzählen Und ich wünsche Ihnen viel Freude Beim Nachlesen, Nachhören der Gedichte Beim Nachdenken darüber Und sage auch Danke nochmal An die Teilnehmerinnen Katrin Pitz, Lara Rüther Und Anna Hetzer Das Erzählens in Lücken Das Erzählens in Lücken Das Erzählens in Lücken Untertitelung des ZDF, 2020